Einen wunderschönen guten Tag, nehmt ihr jetzt willkommen in der neuen Folge von Goat Simulator 3. Event, Bauer hat Talent, was muss ich machen? Beeindrucke alle Richter. Dritter Platz. Ja, komm. Eine Schleife für Platz 2. Er hat einen Salto gemacht. Ey! Ja, Mami. Hoppala. Hm. Muss ich dich ablecken, oder? Komm mal her. Kommst du jetzt her? Ja. Ja, ich mach das jetzt einfach selber. Na komm. Erster Platz, du bist ein Tier. Und wie ich das bin. Jetzt habe ich eine Krone bekommen. Jesus. Ähm. Miss Talent. Aha. Neue Ausrüstung freigeschaltet. Super. Hier habe ich eine Schleife bekommen. Ich will aber immer noch meine Flügel haben. Danke. 25.000. Ich kann jetzt eine Giraffe werden, wenn ich will. Oder eine Brettspielziege. Ja, okay. Komm, wir sparen auf die Brettspielziege. So. Hm. Erreiche den höchsten Punkt der Ranch. Ich zeige nochmal die Karte. Ist schon eine große Karte, hä? Teleportation. Okay. Auch nice, dass ich nicht den ganzen Weg laufen muss. Ähm. Die Frage ist, welches ist der höchste Punkt hier? Hm. Kann ich hier hochgehen, oder? Das ist bei weitem nicht der höchste Punkt der Farm. Welcher ist es denn? Oh, guck mal da. Eine Krone. Nur im Mehrspielermodus erhältlich. Okay. Ey. Und da hat eine Liedenschüssel eingesaugt. Ey. Aber wo ist denn der höchste Punkt der FD Farm? Ist das Silo da drüben? Das kann natürlich sein. Aber die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ah, es hat eine Leiter. Okay. Geh mal hoch hier. Nee, das war es nicht. Hä? Oh. Na, dann schalten wir mal die nächste Belohnung frei. Ist das ja die Schurken-Gilde oder so? Irgendwie sowas, ne? Na, komm. So ein Shop. Ah. Nee, warte. Hä? Nicht freigeschaltet. Okay. Mods auf Andy überrannt. Okay. Schade. Oh. Na, komm. Das Sparen hier ist jetzt nicht so das Einfachste, hm? Junge, Junge, Junge. Komm, komm, geh weg da. Dachte, ich hab die Schurken-Liga fertig. Also freigeschaltet. Einfach doch nicht, hm? Schurken-Gilde. Nee, es fehlt mir noch ordentlich was. Okay. Ja, gut. Ähm. Auto-Derby. Da sind die Thermal-Quellen. Ich weiß aber nicht, wie ich das mit dem Kollegen Steve machen soll. Hm. Warte, wo der höchste Punkt hier ist. Wie sehe ich das von hier aus? I mean. Ah. Okay. Warte mal. Vielleicht da oben. Die Kirche. Oder was auch immer das ist. Oh, da hinten hab ich doch mal was gesehen. Da hinten hab ich doch was gesehen. Was ist das? Ein Klo. Okay. Oh. Entschuldigung. Hey. Dr. Lu geleckt. Ja. Rein da. Ich will aber das Klo nicht ausrüsten. Vor allem, warum bin ich jetzt wieder so normal? Ich will... Hier. Beim Fell möchte ich wieder das Geschmolzene haben. Bei den Hörnern hier, so. Bei den Schuhen können wir die Gator behalten. Bei den Schuhen können wir die Gator behalten. Oder können wir uns was kaufen? Nee. Na komm. So, jetzt sind wir wieder normal aus. So, normal. Normal, so wie ich das... ...als normal empfinde. So. Wo ist denn die Kirche jetzt? Ähm. Äh. War da oben. Also, ich denke mal, das ist eine Kirche. I don't know. Gehen wir mal gucken. Let's looky, looky. Erreiche den höchsten Punkt der Farm und enthülle einen Müllmann. Ah, das ist ein Friedhof. Oh. Bring ein Geist dazu... ...zu trainieren. Okay. Guter. Mach mal ein Emote. Sitz, hinten grasen, Ohnmacht tanzen. Hm, okay. Wie soll ich die denn zum Trainieren bringen? Neues Event. Respekt zollen. Sonder den Gefallenen. Respekt. Okay. Hinten. Aber wie sollen die denn trainieren? Ey. Geht's an ihr noch? Wem kann ich hier noch Respekt zollen? Ah, eine Statue. Okay. Ich meine Ruhe hier. Mal hier. Nichts. Gut. Ah, hier ist auch einer. Sehr gut. Und der Dritte. Hier unten. Respekt zollen. Sehr gut. Ruhe den Frieden. Ah, jetzt ist die Tür offen. Aha. Und jetzt... ...könnte ich das mit der Schurtengilde freischalten. Okay. Crossfit. Okay, weißt du was? Wir holen mal einen Geist. Stirnband. Ey. Komm mal her. Hop. Wir gehen jetzt ins Crossfit rein. Das Stirnband kannst du aber wieder wegmachen. Ich möchte Heilige Schrift. Ah. Und das kaufen wir mal. Sie haben trainieren. Oh. Er ist weg. Scheiße. Sende Geister in den Himmel. 50 Leute in den Himmel senden. Okay. Scheiße. Liege tot in einem Grab. Scheiße. Alle weg. So. Hier. Tschüss. Ich muss weggehen. Komm. Okay. Hier. Kann ich hier. Mal rein hier. Und dann... Ohnmacht. Hat das funktioniert? Keine Ahnung. Also hier können dann mal alle weggehen. Einen Geister zu trainieren. Erreiche den höchsten Punkt des Friedhofs. Komm mal her. Elijah Clark. Du kommst jetzt mit. Du trainierst jetzt. Komm. Was macht er? Trainier mal. Willst du mal hier beim Laufband? Komm. So. Helfen wir uns halt selber. Gut. Ich muss immer noch Leute in den Himmel schicken. Schicken wir mal Leute in den Himmel. Tschüss, meine Lieben. Und den höchsten Punkt hier muss ich auch noch erreichen. Was ist mit ihm? Tschüss. Ah, guck mal. Hier kann ich hochklettern. Sehr gut. Imperiales Mausoleum. What? Nutze die Macht und spiele. Okay. Keine Ahnung. Äh. Komm ich denn da hoch? Das ist jetzt natürlich die Frage, hä? Jesus, Starbank, Crossfit. Aha. Ich weiß aber nicht, wie ich hochgehen soll. Hm. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Na, komm. Ich bringe halt immer weg. Komm, ey. Ja, perfekt, Junge. Naja, motiviere Leute zum Laufen. Komm mal mit. Hopp. Bitteschön. Du kommst auch mit. Alter. Ja, gut. Einer noch. Du. Nee, du kannst nicht fliegen. Hoppala. Ich muss da. Da. Jesus, Starbank, Crossfit. Die Kraft des Cardiotrainings bezwingt dich. Wieder was freigeschaltet. Okay. Huh. Nice, I guess. Nutze die Macht. Ja, aber welche Macht muss ich nutzen und wie spiele ich? Ich schieße Energy Drinks. Okay. Ja, geh mal raus hier. Ich bin im Himmel mit dir. Ich muss immer noch 15 Leute in den Himmel schicken. Ja. Tschüss. Wo sind die? Ja, guck mal hier. All die ganzen Mitarbeiter, die sie... Ha. Die sie Geld ausgeben. Alle im Himmel. Guck mal, du auch. Tschüss. Guck mal, wie viele hier sind. Einer noch. Hier unten. Ja. Ich bringe auf dem... Ja, jetzt muss ich nur noch den höchsten Punkt erreichen. Ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll. Scary. Ich bin keine Scary Goat. Ein ganz normaler Goat. Ja. Ganz normal. Muss ich nur noch wissen, wie ich da hochkomme, ha? Hm. How am I gonna do this? Komm ich denn da hoch? Ich komm da... Komm da nicht aufs Dach. Das ist das Problem. Wann, was muss ich hier spielen? Was muss ich denn spielen hier? Nutze die Macht und spiele. Ja. Super. Und wie mach ich das? Kein Plan, Mann. Äh... Äh... Habe ich den höchsten Punkt? Ja. Keine Ahnung. Finde ich es hier raus? Reverend Prince, Komma Reverend. Du kannst hochgehen. Ihr auch. Ihr seid frei. Und tschüss. Tschüss. Ja. Du auch. Und tschüss. Ja, ich weiß nicht, was hier oben noch machen. Sag mal. Was willst du... Warum willst du in den Friedhof reinfahren? Erklär mir das mal. Das musst du mir jetzt mal erklären hier. Was bringt es mir, Energydrinks zu verschießen? Keine Ahnung. So. Mach mal hier. Hey. Der große rote Knopf. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Launch. Mach mal weg hier. Alle weg. Ja. Too high. Mach mal bei beiden. Too high. Und dann launch. Oh, das ist eine Atombombe. Ach du Scheiße. Ja. Okay. Mach mal nochmal. Geht nicht. Okay. Geht auch nicht. Geht das ein zweites Mal? Nee. Muss ich jetzt zur Atombombe gehen, oder? Wo sind die überhaupt? Warte mal. Neh mal das Fass mit. Ah. Launch. Kommt noch eine. Noch eine. Was ist los? Weg hier. Hm. Was kann ich denn hier noch machen? Geht nicht mehr an. Komm schon. Blöder Fernseher. Passiert nichts mehr. Wo ist die Atombombe gelandet? Weiß es nicht. Ja, aber was kann denn jetzt hier noch passieren? Ja, nichts, oder? Hm. Wo ist die Atombombe gelandet? Ah, da hinten ist sie. Guck mal. Nimm mal die mal angucken hier. Na los. Ab zur Atombombe. Da oben müsste das Ding sein, oder? Ja, guck mal hier. Let's go! Der große rote Knopf. Kim Jong. Ups. Ja. Ja. Geh im Rang auf. Durkengilde. Ja, ja. Alles Gute zum Geburtstag, Philipp. Niemand hat antwortet. Drei Freunde mit. Okay. Na komm. Wo muss ich die hinbringen? Hier? Nee. Rein. Okay. Next. Du kommst auch mit. Ja. Und du kannst auch kommen. Der Postbote. Komm mit. Hallo? Postbote. Komm mal her. Danke. Ja. Er will nicht reinkommen. Müsst du mich verarschen? Hier. Rein da. Du hast Clownschuhe freigeschaltet. Geil. Okay. Dann. Ähm. Geh nochmal. Guck mal, wie groß die Map hier ist. Scheiße. Ähm. Okay. Wir gehen mal zurück zum Ziegenturm. Und dann. Guck mal. Ich will das nicht des Zeugs. Ich will keinen Clownanzug. Und ich will auch Clownschuhe. Ähm. Clownschuhe. Ne. Die Ketta finde ich eigentlich cool. Wenn ich ehrlich bin. So. Ich kann jetzt eine neue Ziege kaufen. Ne. Die Brettspielziege. Da. Also. Und das Fell. Nein. Das ist jetzt. Jetzt kann ich das Geschmolze nicht mehr benutzen. Ja. Leck mich doch am Zykkerli. Scheiße. Warum nicht? Ja. Dann will ich hier wieder meinen Pilger. Ah. Hier habe ich das geschmolzene Fell. So. Okay. heilige Schrift. Clownperücke. Ballontier. Da brauche ich. Das ist die Frage. Kann ich sonst noch? Die Oberschiene. Hm. Ich könnte die Giraffe mit den nächsten 500 freischalten. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Erstmal hier rein. Kann man nämlich jetzt können wir diese Schurkengilde freischalten, oder? Richtig. So. Nächste Kette ist weg. Gut. Und wieder ist ein Raum aufgegangen. Oh. Okay. Geht aus wie Crusader King oder so. Wo ist denn dieser Raum? Glutengilde. Guck mal. Das Crossfit ist ja auch hier. Ich denke mal das wird hier oben irgendwo sein, oder? Okay. Da nicht. Guck mal. Der von der Geburtstagsparty ist auch da. Hm. Aber wo ist denn dieser eine Raum da? Gute Frage, ha? Verdammt gute Frage. Wie ist denn das? Kann doch wohl nicht wahr sein hier. Ah, hier. Was kann ich hier machen? In der Aktion. Mal ändern. Okay. Ja. Aber keine Ziege. Was ist das? Das ist eine Ziege mit einem Anzug. Okay. Ja. Super. Geh mal raus hier. Komm. Gehen wir raus hier. Dann sage ich doch Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017